Ja, Hackfee, Roodman, Game Over, Crackhose, Fassi, Cheap, Keine Chance gegen uns, Keine Chance gegen uns, wir sind satt, Crackhose, Militär, Crackhose, Militär, Militär, yeah. Yo, Spaß, aus Alaska, willst du die schlimmste Kälte spüren, bist dein Blut in den Venen gefriert, Dramatik hast du wohl nicht studiert, in deiner Quali redest du von Scheinen, die sich bei dir sammeln in der Brieftasche. Laber keine Scheiße, du sammelst Pfandflaschen und bist der bekannteste Aldi Roadrunner, siehst du den McP-Banner im Blutigerstift, meine Punchline trifft. Unter dich um wie ein starkes Nervengift, brauchst Koffein, um über die Nacht zu kommen, ich rauch ein heftiges Meffblech, meine Augen, zwei schwarze Teller. Moon, man, du verfickter Bettnester, löffst mit deinem Rap ins eigene Messer, mein erster Part ist für dich eine Art führischer Headshot, Mondlicht, Strichalord. Sag mal ehrlich, feierst du deinen eigenen Schrott auch selber mit Kopfhörern in den Ohren, solange sich diese Scheiße nur durch deine Nervenzellen bohren geht's? Ja, verpässe nicht die Welt mit primitiven Reimen, versuch erst gar nicht, dabei zu timen, Opfer bietig, will ich mit Messer zerschneiden. Ja, ich bin McP und habe eine dunkle Splatterseite. Ja. Crackles. Keine Chance gegen uns. Keine Chance gegen uns. Nicht das Rap-Game, wurde mit der Faust missbraucht, weil du Hure auf Krücken graust. Battle Rap misshandelt dich, Opfer Bitch, weil du in der Gosse wohnt, bleibst du Obstachloser, Mondfetisch ist. Platzangst, nein, ja, zumindest wird es für dich wieder eng. Cyber-Mobbing, Mensch, das nennt man Battle Rap, also hört's auf zu flamen. Moment, gestern Opfer einer Bukake, heute Opfer einer Flut Lache. Hygien erkennt hier diese Ironie, denn einen größeren Beweis für einen Bitch-Move gab es noch nie. Danach holt sich der kleine Gane-Gucci-Tasche. Du schreist nach Hilfe, wenn ich dich mit meinen Katana überrasche. Der Grund, warum ich im Real Life nicht reporte. Naja, ich suche ja auch ein Bette-Rap, keine Saison, geschweige denn zu Fluchtsorte. Runde 1, bis hierhin und nicht weiter. Du darfst hier warten, so behandelt man eben. Kleine lästige Kakerlaken. M Stufe teenage, keine Saison, labeled eine Wunk 3, wir sind das, wir sind das. Bis zum nächsten Mal.